Finale in der Zirkuswelt bei Pac-Man World Repack 4-4 Clown Pree Ich muss sagen, das hört sich schon an wie so ein Rennen Oh, ja, es ist effektiv ein Rennen Mario Kart, äh, ich meine natürlich Pac-Man Kart Bzw. ich glaube es gab mal einen Mario Kart auf irgendeinem Arcade Maschine Wo man Pac-Man spielen konnte, aber ich kenn mich damit nicht aus Vielleicht kann ja einer von euch einen Kommentarnamen mehr sagen Pac-Man, da ist ein Rennauto! Ich springe hinein und drücke B, um zu beschleunigen Ok Fürs Person Ok, B muss ich drücken Hier kannst du üben und dich auf das Rennen vorbereiten Drücke auch, um deinen Pac-Turbo einzusetzen Schieße an deinen Gegnern vorbei Wenn die Leiste unten links gefüllt ist Wiuuuu! Du kürzt auch, um zu bremsen Du kommst durch die scharfe Kurven durch Mit R kannst du rückwärts fahren Benutze es, wenn du rückwärts fahren möchtest Ok, gehe weiter, sobald du für ein paar tolle Rennfahrer bereit bist Oh Ich kann doch nicht wirklich üben Wow Und schaut mal da Oh, wenn wer drängt gegen ihn? Ich mein, der hat ja Flügel jetzt anscheinend Oh, ne, er holt seine Hand lang heraus Die da gegen mich fahren Die Clowns! Alle gleichen Blick Die Clown-Renner Wieso soll ich schon vor mir losfahren? Das ist ja total unfair Na, Whatsapp Euch kriege ich noch Ah, ah, oh nein Äh, äh, äh Kann ich die Sicht noch irgendwie ändern? Ich würde ja die Sicht ändern, wenn ich ehrlich bin Ah, hi, bong Und damit schubst ich ihn nach vorne Ist natürlich nicht gut Ok, ich denke mal unser Ziel ist es Erster zu werden, oder? Oh, können wir dir mit essen? Oh, lass mich auch probieren Oh, oh, oh Ich drifte nicht so gut Ah, so drifte ich Ok, mit Y bremse ich ab Und so drifte ich dann auch Ah, ah Das läuft mir überhaupt nicht gut Hä, er ist doch in die Bommel gefahren, dachte ich Ok, dann halt nicht Komme ich in meinen Rücken widmet Danke Ah, Mist Ah, Mist Ja Jetzt habe ich die Chance Und was ist hinter mir? Ich habe keine Ahnung Egal Vaka, 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 vaka Vaka, vaka, vaka Komm her, mein Freund Komm schon Yes Ahhhh Ok, ich werde wieder zurückgesetzt Ich glaube nicht, aber Hoffentlich nicht Ich bin aber erst siebter Sie sind alle so weit weg Ich bin wirklich nicht gut Ah, ich bin wirklich nicht gut Ah, ich bin wirklich nicht gut Ok, ich sollte glaube ich Ah, nur dann drücken, wenn ich auf der Graben bin Oder? Ich glaube das macht mehr Sinn Ich habe nur Auf dem Bild hat man ja gerade irgendwie gesehen Das ist ja auf 4th Person Weil das verwundert mich Dass man jetzt nicht mehr im 4th Person ist Sondern im 1st Person Ich würde schon gerne Pac-Man sehen Vielleicht kann ich dann besser koordinieren Ist aber auch egal Denkst du bist so lustig So lustig Dass ich dich überholt habe Ja Und der hat gerade sein eigenes Schicksal Geschrieben Tschüss Waaah Waaah Yeah Was hast du das Ziel? Ne, noch nicht Ok, 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 komm Wir sind zweiter Wir sind zweiter Wir gehen das hin Das ist bestimmt nicht mal weit bis zum Ziel Verschwende du Bam Nein Ok, 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 weil ich noch die Den Effekt habe Sind gerade alle gegen mich gefahren Und haben auf die Schnurse bekommen Das ist schon mal ganz gut Oh, da ist das Ziel Ich habe das auch noch mal das Ziel Haben die gerade auch die Schutze bekommen da ist das ziel ich kann ihn nach hinten gucken oder wir warten auf die marika will ich das machen aber ich bin ein renner aber auch hier habe ich keine zeit dafür ich muss noch einen boss beliebte ledigen na ja das war das rennen was wäre passiert wenn wir nicht erster wäre am ende hätten wir dann den boss verkack wie immer das war ganz spaßig war ganz cool war ganz nett mal was neues habe ich jetzt nichts gegen und jetzt sehen wir uns die neue welt an da freue ich mich auf jeden fall schon mal drauf und vielleicht können wir da auch direkt schon heute jemanden befreien mal schauen die manege oder manege oder keine ahnung wie man das ausspricht ich weiß wirklich nicht die haben wir durch und weiter geht's in der fabrik ja hier scheinen wir auch vier level ungefähr zu haben ach moment moment bevor wir die fabrik machen können ich vergesse das jedes mal freunde müssen wir natürlich erst mal hier vorne die ganzen ihr garten level machen also fangen wir direkt mal an ich verspreche euch wir sehen noch gleich die fabrikwelt so viel zeit muss sein ich meine ich finde es besser jetzt zu machen als wenn man es halt ganz am ende ist das weil dann hat man irgendwie so zwei ganze folgen von gefühlt und die vielleicht nur eine folge sind ja nicht wirklich lang aber aber trotzdem so eine bonus folge mit nur solchen level ich finde das so eigentlich schon ganz in ordnung aber mal zwischendurch ein bisschen was anderes so kann man auch schon die bisschen die spannung aufbauen wieder die fabrikwelten aussehen wird zum beispiel das wird auf jeden fall schon mal sein zweck außerdem käme bestimmt noch nach dem letzten letzten welt nach dem letzten level des spiels bestimmt auch noch mal ein paar ihr garten level die werden sowieso machen müssen noch mal keine ahnung mal gucken wie alles läuft du kommst gar nicht erst raus ok da kommt doch raus doch dachtest du dachtest du und das war das doch ist auch ganz nett eigentlich wie wir so im sinne in seinem spielkasten sind oder so ganz nett sie sieht aus wieso gift gas überall aber es war nur das bild waka waka die sitzen ja aus ja stimmt aber mal so außerhalb betrachtet dann ist man hier überall so keine ahnung das sieht aus wie so einem spielzeugkasten oder so finde ich weiß nicht dass du das erstmal ich denken muss Waka, waka, waka Waka, waka Waka, waka hat Angst Was macht Waka, waka jetzt? Ah, wegrennen Was regt ihr euch? Okay Okay Jetzt aber Wirklich Ihr Gartengebiet Auf zum Auf zum Fabrik Ja Das ist Gebiet Fabrik Da wollen wir jetzt als nächstes Also los mit 5.1 Gefährliche Rohre Oder Ihr versteht was ich meine Die Dinger Wo Peckmann so Wow Macht Oh das sieht aber cool aus Mit der Musik Das ist aber auch so ein Bunzenbrenner Hießen die so? Das ist schon lange her Das ist schon ein Ding benutzt Aber ich glaube die hießen so oder? Flammenberg war es auf jeden Fall nicht Dafür ist es zu klein Ich glaube das ist so ein Bunzenbrenner Hä? Oh War das klug? Ich weiß es nicht Oh mein Gott Ich weiß ja nicht was das Ding macht Will ich da hoch? Ich glaube ich will da hoch Waka, waka, waka Ach nur ein Das braucht doch keiner Ich würde gerne Ach da Das war eine dumme Idee Kann ich es bereuen? Ne Haha Waka, waka, waka Waka, waka Waka, waka Waka, waka Bäm Na los Hä? Was? Wo sind wir denn jetzt? Ey Hey, komm mal her Was gehe ich denn hin? Hö Was zum Wie ist das so schnell nach unten gekommen? Das sah gerade total seltsam aus Oh, ich muss einmal nach oben Äh, äh Komm mal her, please Komm mal her, please Komm mal her, please Ganz doch schnell Nach unten Please Please, please, please Dankeschön Ich weiß nicht, ob es irgendwas bringt Da drauf zu bouncen Gibt es hier oben noch was weiteres Oder geht es einfach nur so Ja, es geht einfach nur so nach oben Okay Dann holen wir uns nicht nur das Sondern auch Das Da haben sie mich erwischt Die suchen gefühlt nach mir Moment mal Ah, ne, warte Das hier ist Bonus Oben geht es weiter Ich dachte andersrum Ne, ne Hä? Okay Komm mal Komm mal Komm mal Ja Finde ich gut so Ja, komm Das One-Up gönne ich mir auch mal eben Ne Kann man sich ja mal gönnen Checkpoint Okay Okay Boing Ja, mein Maze Willi Maze hier Der hat Bockenpaar Geister zu vernaschen Geht einfach alles kaputt Jetzt Bam, 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 bam Oh, Beilung, Beilung Beilung, Beilung Alright Und wir schnappen uns Was auch immer sich hier unten befindet Sobald blau Ich weiß nicht was hier ist Haben die vergessen ja Hintergrund einzupacken Hä, warum bin ich jetzt nach unten gegangen Hier ist nix Hier ist nix Hier sind wir jetzt nach unten Hä, hier war doch gar nix Hä? Ähm, okay Lassen wir das erstmal so stehen Äh, ich bin grad ein bisschen verwirrt Aber okay Ich geh einfach mal weiter Ja, ich denke mal Das ist jetzt nicht so schlimm Genau hier ist nirgarten Aua Die Ruhe sind brandheil Ja, danke Ich wollte mich nicht nochmal treffen lassen Danke Hi Kumpel Das ist mein Kumpel, Leute Das ist mein Freund Ich bin schon so lange mit denen befreundet Wir kennen ihn schon so lange Wir sind die Best-Badies Oh, die kann ich Oh, die kann ich Bump machen Okay, das ist ja cool Das ist ziemlich cool, Bro Okay, jetzt müssen wir mal zurück Oh Gott Ah, die wollen, dass ich hier zurückgehe Ach, ich hab alles ausgestellt Nur ist es halt noch brandheiß Das muss ich erstmal abkühlen Bis das abgekühlt ist Boah, da sind wir schon mit der Folge durch Das dann lassen wir schnell Jetzt schon schnell dadurch Wir machen das Maze Wir haben es zwar gerade im Fall gemacht, aber Hier ist mein neues Da kann man aber oben auf dieser Uhr sehen, wann die aufgehen Das finde ich sehr nützlich Dass das wie so ein Timer gilt Ich hoffe, man hört mein Controller nicht zu sehr Soll er sich nicht ablenken Ach, das ist gut, dass wir grenzen Und das Ganze in meine Richtung Dankeschön Extra Punkte Ich meine, sag mir mal ehrlich Wer von euch interessiert sich noch für das Punkte-System in diesem Spiel? Wer von euch sagt sich Ja, ich möchte auf jeden Fall Highscore hier erreichen Das ist mir sehr wichtig Ich glaube wirklich niemand, oder? So ein Highscore-System ist auch sowas aus der Vergangenheit So ein Überbleibsel aus der Vergangenheit wie die One-Ups Aber beim Score ist es so egal Ich meine, es sind nur ein paar random Zahlen Oben in der Ecke des Bildschirms Die finde ich persönlich jetzt nicht so schlimm Also ja Gibt es Schlimmeres Aua, hört auf mir alle wehzutun Ja, das war natürlich extra, weil ich wollte direkt hierhin Aua, das war nicht extra Gibt es hier irgendwas? Hier in der Ecke? Nee, wir kommen einfach nur so hin, weil man Bock hat Äh, ich gehe mal in die Richtung Danke Ich hätte das wollen, man könnte ihn so steuern Hä, da macht doch gar nichts Ah, wieso habe ich das gerade versucht? Okay Oder gibt es jetzt Ja, oh, das C Das ist natürlich sehr wichtig Wacka, wacka Ich will nur wacka wackern Danke Okay, da komme ich nicht hoch Also so komme ich ja nicht hoch, meine ich Oh ja, danke Nein, nicht danke Das ist böse und gemein Wo soll es mal herkommen? Hey Das Wandern ist mir egal Tatsächlich Ich möchte nur das C Hier, komm, stampf mal Danke Jetzt nehme ich mir das C Und das Wandab auch Heiß kann Ja, war alles geplant Alles geplant Natürlich Aber das hat weh Alles geplant Freunde Alles geplant Achso, hier brauche ich die Metal Cap Wo ist denn die? Die müsste sich ja hier oben befinden Habe ich recht? Ja, ich sehe sie auch schon Was passiert? Achso Hör sich Aua Hau mal ab hier Hä? Okay Lass es einfach sein Es ist egal Ich könnte die überrumpeln, aber es geht irgendwie gerade nicht Dann halt nicht Mir egal Bamm Bamm Perfekt Und ich bin hier wieder hoch Danke Hi, was geht? Damn Zack 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 Und Das traue ich mich nicht Was? Das hat nicht funktioniert? Wie hat das nicht funktioniert? Okay, Moment Boing 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 So So muss man es wirklich machen Okay Ich wollte es eigentlich nicht machen Weil mir das Bisschen Komisch vorkam Aber Die sind überall Die macht Angst Oh, das M Das M hätte ich gern Ich hätte ich gern nicht Ich will schnell weg Nein Jetzt Okay Nein, immer noch nicht Wie soll ich Jetzt hat es geklappt Keine Ahnung warum Ich weiß es wirklich nicht Aber Waka waka Ja Das war mir klar Dass ich direkt auf ihn lande Das war mir wirklich klar Okay Aber zum Glück War hier ein Checkpoint Und direkt ein Leben Dass ich gern verloren habe Kriege ich wieder Dankeschön Und einmal noch Swanna Weil man Bock drauf hat Hä Hättest du mich getroffen? Wie hat der mich vorhin getroffen? Egal Der macht Bumm Und dann Danke fürs Casino Geld Habe ich jetzt Ein Partnership Deal bekommen Nice Oh wow Was mache ich denn hier? Ich muss mal aufpassen Ich muss aufpassen Habe ich gesagt Oh Pac-Man Och Und dann geht das schon wieder Und dann geht das schon wieder Und ich Okay Aber das war jetzt Das war ganz unfair Das war ganz wirklich unfair Dass das getroffen hat Das ist das sicher Ich möchte Bitte bitte Bada-bam Knopp Knopp Waka 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 Danke Ach das ist Ah Ah Danke Darf ich sagen Nein da Okay der ist nur für das Komm mal runter Danke Und abgeschlossen Und somit können wir Wenn ich hier durch könnte Weiter Der mach ich mal weg Weil der nervt Bestimmt Noch Schnell den Checkpoint Bevor ich wieder sterbe Aber das werde ich bestimmt noch Die Abkürzung Die nehme ich mir mal Weil ich es kann Haha Und Hier muss man aufpassen Aber ich habe ja gerade ein Item bekommen Und mit hier durch kann Jetzt aktivieren das neue Maze Also wie viele sind hier In diesem Level Das sind ja wirklich viele Ich habe es wirklich nie geschafft Dass ich hier irgendwas verpasst habe Das ist eigentlich auch gut so Das ist ein Bonus Ich glaube das ist ein Bonus Oder Ja Das N Moment Wenn hier das N ist Ist da oben das N D Ja ja See what I did there Mhm Juuu Wow Nicht so Nicht so viel Nicht so viel Nein Oh Aber auch nicht so wenig Mein Kumpel Mein Freund Mein Pack Kumpel Ja Ehrlich jetzt Der hat mich getroffen Der hat mich getroffen Der hat mich gekillt Der hat mich getroffen Hoch Nicht so weit Okay Hat geklappt Wow Das ist aber so eine Heilung Vor den Schaden Den ich mir gerade Bekommen habe Nee Du triffst mich Nicht mein Freund Ich gehe nämlich jetzt erst einmal Schön ins Ziel Nehmen wir das One-Up mit Ich gehe nicht sterben Nein Ich nicht Ich gehe ins Ziel Und dann ist genug Yeah Boom Yeah Die Bonus-Nedge können wir uns noch anschauen Die können wir uns noch anschauen Oh Gott Das ist schon mit den Dingern Oh nee Da habe ich jetzt schon Keine große Hoffnung in diesem Level Dass das gut laufen wird Ich denke eher Es wird ziemlich schlecht Okay Und jetzt Ah Schnell 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 Geschafft Boah Knapp Aber da haben wir es auch mal gesehen Yeah Yeah Bam 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 Und ja Ich würde vielleicht sogar mal sagen Dass wir heute eine kürzere Folge machen Maybe Weil ich möchte jetzt keine 35 Minuten Folge machen Dann mache ich lieber eine kürzere Folge heute Vielleicht können wir aber auch Ein paar Mazes spielen Ich glaube nicht Aber Wenn Dann wäre das noch ganz cool Weil Ein Level ist ungefähr so Fast 10 Minuten Würde ich mal so schätzen Ja und die Welt Habt mehr als nur noch ein weiteres Level Hier ist noch ein Level Hier ist noch ein Level Hier ist noch ein Level Also Wir sind hier gut bedient auf jeden Fall Haben ja einiges noch zu tun Und ja Ich hoffe euch hat die Folge heute gefallen Wie gesagt eine kleine kürzere Folge Aber das finde ich auch vollkommen in Ordnung Oder was meint ihr Vielleicht noch ein Ja komm Machen wir damit es nicht zu kurz ist Jetzt schon Die Ehegarten Für die Leute die sich für die Ehegartenlevel nicht interessieren Die kommen ja eigentlich schon weg Da haben wir noch was gefunden Wo alle glücklich sind in der Folge Oder Haben wir was für alle Ja ja Wie sieht es aus Yes Habe ich noch gegessen Super Boah Wie es wohl so ein Geist schmecken würde Bestimmt so richtig Luftig So transparent So So wie so eine Seele Oder Keine Ahnung Aber da in der Mitte Sehe ich so ein bisschen so ein Giftrauch Vielleicht kriegen wir ja noch so Statt Lava so ein bisschen so ein Giftrauch Später in der Welt In der Fabrikwelt Das kann ich mir noch gut vorstellen Das wäre ganz cool glaube ich Das wäre ganz cool glaube ich Bam bam badam Badadadadadam Badadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadad finde ich war ganz nett hier alles gestaltet wo ich sie bei wasser ne vielleicht haben wir einfach nur so ab wasser kanäle oder so haben wir auch ein level gesehen so ein bisschen wasser vielleicht haben wir nicht mehr als das ein bisschen schade fände weil ich meine ihr habt nicht wieder unten bei dem geister spawn ein ja wie soll ich sagen halt so ein bisschen gift rauch als ich bin vater aber ich hab's geschafft so das machen wir noch ich sehe schon wie sie mich alle ja verfolgen ja wohl die haben noch gefaulen doch noch schon wieder neue runde dann noch gerade ja ja ist die noch mal linken pinkie in klein ich glaube so hießen die schon ein bisschen her habe ich glaube sie ließen die es gab auf jeden fall noch ein paar andere geister es gab nicht nur die vier ich meine es gab noch ein paar andere aber die vier sind halt die die main geister also die die man halt aus ganz normalen pacman kennt und bei anderen packen spielen gibt es glaube ich auch ein paar andere geister keine ahnung müsst ihr mir sagen ich weiß es nicht genau vielleicht finde ich auch immer heraus das war es heute ich will jetzt ein bisschen mit meinem pack kumpel und wir sehen uns beim nächsten mal wieder 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 wir sehen uns beim nächsten mal wieder